Musik Schönes Ding. Er hält drauf! Sie schlagen ihn nach vorn. Ein sehr guter Lauf. Und die Flanke. Und ein Schuss auf die Seite. Die Kugel kommt in die Mitte. Da haben sie nochmal die Chance. Raus auf die Flanke. Er kommt noch mit dem Kopf an den Ball. Spielt die Kugel rüber nach rechts. Weit nach draußen gespielt. Ein herrliches Zusammenspiel. Durch die Abwehr. Der Ball ist ihm genau vor die Füße gefallen. Ein langer Ball. Er versucht ihn da durchzuspielen. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Aus, um die Gasse zu finden. Gefährlich! Christian Eriksen heute derjenige sein wird, der hier die entscheidenden Momente heraufbeschwört. Ganz stark in der Balle. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Und der Tor ist Händchen. Ich glaube, so nennt man das. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Schlauer Pass. Abgefangen. Gut gemacht. Pass. Aber sie steht natürlich defensiv deutlich wackelig an. Er versucht es. Wie ihn nur Sekunden aus dem Auge lässt, dann folgt die Strafe auf dem Fuß. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Sensationell! Das ist ein... Die Tür ist sperrangelweit offen. In Richtung Tor. Er trifft. Und der Pass nach hinten. Abgezogen. Er hat seine Chance. Und wenn sie sich ihm bietet, dann nutzt er sie. Mit lang ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. Nutze die Chance. Das ist die frühe Führung. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Denke Seite. Schlauer Pass. Da ist das Ding. Eine weitere Möglichkeit aus einer Standardsituation heraus. Tor! Das ist die Chance. Jetzt ist er drin. Ab in Richtung Tor. Er macht sich den Weg frei. Ob der zweite Versuch sitzt? Ein Welttor. Sie gehen mit 1 zu 0 in Führung. Na also. Lecomio, der schlägt ja ein, mein lieber Spaß. Der Ball kommt durch. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Und da ist der Pass. Lecomio, der schlägt ihn. Gefährlich. Drill das Ding. Drill das Ding.